Rase mit diesem Lego Technic 2N1 Modell zur Landebahn. Die original getreue Nachbildung eines echten Flughafenrettungsfahrzeugs besitzt eine Lackierung in rot, schwarz und grau und verfügt über einen funktionstüchtigen Ausleger, einen Vierzylinder-Mutter mit beweglichen Kolben, ein großes Fahrerhaus mit detailliertem Armaturenbrett, Außenspiegel, ein gerätes Staufahrt, eine Doppelachsenlenkung, zwei Hinterachsen und grobsteuernd Schreifen. Lässt sich mit dem nicht enthaltenen 8293 Power Functions Tuning Set nachrüsten, um den Ausleger zu motorisieren und die Warnleuchten blinken zu lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017